Leo IX. ursprünglich Bruno von Egesheim-Dachsburg war ein Papst deutscher Abstammung, der vom 12. Februar 1049 bis zum 19. April 1054 amtierte. Leben Leo IX. kam nach der Überlieferung in der Mittleren der drei Echsen im Elsass der Wallenburg zur Welt. Er war ein Sohn des oberelsässischen Grafen Hugo V. I., Graf im Nordgau und von Egesheim, sowie dessen Frau Heilwig. Die von der älteren Dachsburg in Lothringen stammte. Bruno war ein fetter Zweitegrades des Zerlistischen Kaisers Heinrich III., sein Großvater väterlicherseits Graf Hugo IV., war ein Bruder der Adelheit von Metzfrau Heinrichs von Speyer und Großmutter des Kaisers. Unter der Obhut des Bischofs Berthold von Thul genoss Bruno eine Ausbildung zum Priester und wurde danach in die Kanzlei des Kaisers Konrad II. berufen. 1026 im Alter von nur 24 Jahren wurde er zum Bischof von Thul geweiht. Nach dem Tode des Papstes Damassus II. war Bruno 1049 laut seiner Vita gegen seinen Willen der Wunschkandidat Kaiser Heinrichs III. für die Nachfolge im Pontifikat. Einer römischen Delegation gegenüber, die zur Regelung der Nachfolgefrage nach Norden gekommen war, benannte der Kaiser bei einem Hoftag in Worms Bruno als seinen Kandidaten. Angeblich nur unter der Bedingung, kanonisch, also durch das Volk und den Klerus von Rom, gewählt zu werden. Er klärte sich Bruno zur Kandidatur bereit, als ihn das römische Volk dann tatsächlich durch Akklamation bestätigte, wurde er als Leo IX. zum Papst erhoben. Leo trat als eifriger Reformer in Erscheinung. Der entschlossene Laieninvestitur und Simonie bekämpfte und wohl auch gegen das Problem der als Nikolaitismus bekannten Priester-Ehe eintrat. Er reorganisierte die kirchlichen Verwaltungsstrukturen und es gelang ihm, den Einfluss der italienischen Kleriker zu mindern, die unter dem Einfluss des zum überwiegenden Teil reformfeindlich eingestellten stadtrömischen Adels gestanden hatten. Er begann, das bisher auf rein liturgische Funktionen konzentrierte Kardinalskollegium zu einem bedeutsamen Stützpfeiler päpstlicher Politik umzuformen. Auch die bereits unter seinen Vorgängern rege Synodaltätigkeit intensivierte er weiter. Durch Reisen über Italien hinaus, insbesondere in Reichsteile nördlich der Alpen, aber auch vereinzelt in angrenzende französische und ungarische Gebiete war Leo in Region präsent, die bisher fernab vom unmittelbaren Einfluss Roms lagen. Dieses Reisepapsttum ermöglichte es Leo in Analogie zur mobilen Herrschaftspraxis der römisch-deutschen Könige. Seine Macht und die Position des Papsttums vor Ort zu festigen. Die Anwesenheit Leos bei Kirchwein und Synoden. Seine Predigten oder sein Zug durch die Lande selbst machten aus der fernen und eher abstrakten Figur des Papstes eine konkret erfahrbare und relevante Größe. Seine Vita schildert ihn als Mann des Volkes. Eine Anekdote zuvor gelegte er auf einer seiner Reisen zum Beispiel einen aussätzigen Bettler in sein eigenes Bett. Auf dem Zweite Konzil von Reims wurde dem römischen Pontifex unter anderem das exklusive Recht zugesprochen, sich als Universalis Ecclesie Primace Apostolicus bezeichnen zu dürfen, womit auch dem neu gewachsenen Selbstbewusstsein des lateinischen Westens gegenüber dem byzantinischen Osten Ausdruck verliehen wurde. Vor allem erneuerte das Reims-Hör-Konzil aber auch, wie die bereits vorangegangenen und noch folgenden Synoden, das Simoni-Verbot. Seither spielten die Kanzlei des Papstes und der Kurie eine sehr wichtige Rolle in der europäischen Rechtsgeschichte. Nachdem ihm der Kaiser die bereits zugesagte Unterstützung wohl auf Betreiben Bischofsgebrad von Eichstätt versagt hatte, verfolgte Leo Pläne, mit einem eigenen Heer und der Unterstützung Ostrums die Normanen aus Süditalien zu vertreiben. Diese waren einst von den lombartischen Fürstentümern zum Kampf gegen die Sarrazenen nach Süditalien geholt worden. Mittlerweile waren sie aber selbst zu einer Bedrohung für die etablierten Mächte geworden, weshalb sich einige lombartische Städte bereits dem Schutz des Papstes unterstellt hatten. Auf Veranlassung des byzantinischen Kaisers Konstantini X. Mono Machos, der an einem Bündnis gegen die Normanen interessiert war, kam es zwischen dem Patriarchen Michael Carolerius und den römischen Kardinälen Humbert von Silva Candida und Friedrich von Lothringen zu Verhandlungen über die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit. Das Abkommen scheiterte an der Unnachgiebigkeit der Verhandlungspartner in liturgischen und dogmatischen Punkten. Daraufhin exkommunizierte Kardinal Legat Humbert von Silva Candida im Namen Leos 1054 die Anhänger der orthodoxen Kirche durch Niederlegung einer Bambule auf dem Alter der Hagia Sophia in Byzanz, was auf lange Sicht die Spaltung der christlichen Kirche bewirkte. Von der endgültigen Lossagung der orthodoxen von der römischen Kirche erfuhr Leo zu Lebzeiten allerdings nicht mehr. Denn nach einer Niederlage seines Heeres gegen die normannischen Truppen in der Schlacht von Civitate am 18. Juni 1053 geriet Leo in Gefangenschaft. Er wurde neun Monate lang in Benevento festgehalten. Schwer krank freigelassen, starb er, möglicherweise an Malaria, am 19. 19. April 1054 in Rom. Bedeutung. Leo IX. Gilt als der bedeutendste mittelalterliche Papst deutscher Abstammung und wurde später heilig gesprochen. Reliquien von ihm befinden sich unter anderem im Petersdom zu Rom. In den elsässischen Gemeinden Egisheim und Buxvilla sowie in der St. Leo Kapelle von Dabo. Leo IX. ist Patron der Musiker und Organisten. Im Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet führt die katholische Kirche den 19. April als nicht gebotenen Gedenktag.